Hohoho und willkommen zur letzten Ausgabe unserer allseits beliebten Loot Chest. Das hier ist ja, da es die letzte Ausgabe ist dieses Jahr, natürlich die Dezember Loot Chest. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was da so alles drin sein mag. Ja, nicht reingucken, sonst verdämmen wir uns ja etwas Überraschung selbst. Wir müssen den Karton aufkriegen. Mal gucken. Als erstes haben wir hier natürlich wie immer unser Loot Heftchen, ganz schön in einem Weihnachtsdesign, was wirklich toll aussieht, also das ist ein schönes Heft. Aber da gucken wir noch nicht rein, sonst sehen wir ja auch, was hier schon alles in dem Karton drin ist. Mal gucken, ich gucke jetzt einfach mal hier, da ist das erste raus und zwar das da. Hier haben wir ein... Ha, cool! Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Wir hatten ja gestern schon unsere Star Wars Box gehabt und heute geht es mit Star Wars direkt mal weiter. Und zwar ist das hier ein Stormtrooper Helm, aber nicht einfach nur so ein Stormtrooper Helm, sondern es ist ein... Tasten zu Weihnachten. Eine Christbaumkugel ist das. Ja, ja, ja. Moment. Aber du musst gleich direkt noch an den Baum. Ne, komm raus. Oh, die scheint auch wirklich aus Porzellan zu sein oder sowas, also vorsichtig beim Auspacken. Aber das müssen wir aus irgendwas zerbrechlichen. Es ist kein Plastik, glaube ich. Da. Dreh dich nicht. So, hier ist er. Guckt ihn euch an. So, fokussiert. Ah, wunderbar. Guckt euch den an. Ich finde den cool. Wo hänge ich denn den jetzt hin? Ah, wo ist denn jetzt dafür am besten Platz? Muss man gleich gucken. Aber ihr werdet ihn noch sehen. Am Baum. Keine Angst. So, na, ich habe reingeguckt. Machen wir jetzt mal hier mit weiter. Das hier ist irgendwas von James Bond. Und zwar steht das hinten drauf, was das ist. Es ist ein Kartenspiel. Und zwar ist das ein... Ah, das ist ein ganz, ganz normales Kartenspiel. Es ist kein Quartett oder sowas, sondern ein stinknormales Kartenspiel. Machen wir das mal auf. Weil ich bin mal fest davon überzeugt, dass hier nicht nur James Bond auf den Karten, sondern auch irgendwelche anderen Charaktere aus diesem Filmuniversum. Welchen haben wir denn hier? Da ist Daniel Craig. Da ist... Ben Wish Shop. Wie auch immer. Hier halt noch ein paar andere. Da. Da. Und noch ganz viel mehr. Das ist mein Daniel Craig. Ah ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher nicht einen einzigen James Bond-Fall in meinem Leben gesehen. Deswegen... Was haben wir hier? Hier ist ein... Was zum Essen? Ein Cookie! Kann man eigentlich auch noch zu Weihnachten zählen, oder? Vielleicht mal Vanillecreme. Vielleicht mal probieren. Das sieht nämlich sehr lecker aus. Bazo-Seite. Ja. Ja. Oh. Der ist mal richtig lecker. Sonst haben wir ja oft in der Lucha so Sachen, wo du denkst so... Na ja. Kann man mal essen. Was haben wir hier? Ah, das ist jetzt echt lecker. Und... Wieder weiter mit Star Wars. Der hat ja nicht schon genug Star Wars gehabt. Mikrofaser-Brillen... Blutztuch. Genau. Putztuch. Ein Mikrofaser-Brillen-Putz-Tuch. Jetzt haben wir es. Nicht nur ein Putztuch. Das ist sogar eine kleine Tasche. Dann bietet man dann wohl dort seine Brille auch einfach reinlegen können. Hier haben wir auf der einen Seite Star Wars und auf der anderen Seite ist unser Chewbacca. Genau. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch was Weiches. Könnte ein T-Shirt sein? Ein rotes T-Shirt. Ein... Haha. Cool. Ein... Ne? Welcher Held könnte es sein? Rot. Ich habe noch ein paar Sekunden zu überlegen. Wenn ihr es nicht eben eh schon gesehen habt. Und zwar ist das... Tada. Ein Flash-T-Shirt. So, bis weiter nach unten. So. Jetzt kann man es besser sehen. Ein Flash-T-Shirt. Das ist cool. Sieht fast genauso aus wie das, was der Sheldon überträgt, oder? So, was haben wir hier? Oh, ist das was Kaltes? Das ist eine... Eine Dose! Eine... Ah, das ist so ein... Mit Assassin's Creed drauf. Wann kommt der Film raus? Dieses Jahr noch? Ich glaube schon. Es ist halt einfach nur so ein... Dingsbombs. Energy-Drink. Power-Getränk. Aber das kenne ich. Das schmeckt nicht. Deswegen probiere ich es nicht. Also, mir schmeckt es nicht. Was haben wir hier noch? Okay. Ah, jetzt kommen wir hier schon wohl zur letzten Sache. Das ist ein... Tata. Was haben wir hier? Noch eine Uhr. Wir hatten gestern schon eine Uhr. Egal. Das hier ist nämlich eine. Ja, sieht schon cool aus. Okay, es ist auch keine... Es ist schon eine Uhr, aber es ist eine Wecker. Sieht ihr? Und der hat sogar so einen Pömpel dran, aber der kann sich nicht bewegen. Also, das hier oben ist wohl nur... Nur Fake. Ich glaube schon gleich noch eine Batterie. Und dann gucken wir da mal, wie das hier klingt. Also, hier weiter im Text. Mal schauen. Und... Ne, das war's. Luches ist leer. So, das waren alle Sachen. Ähm... Bisschen viel Star Wars. Dafür, dass wir gestern schon eine Star Wars Ultimate hatten, finde ich. Aber gut. Ist egal. Es hatten ja nicht alle die Ultimate. Ich glaube, die war begrenzt auf 250... Also, höchstens 250 Stück. Von daher passt das hier. Mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier in unserem... Bluthäpfchen alles drin, ne? Okay. Hier am Anfang... Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz toll von Luches. Da kann man immer sehen... Die haben immer so ein... Wie heißt das Ganze? Ein... YouTube Featuring... Irgendwas? Keine Ahnung. Da kommen dann... Da werden halt immer so... Äh... Zwei Channels vorgestellt. Finde ich eigentlich ganz nett von denen. Warum nicht? Das ist eigentlich ganz cool. Ja, hier haben wir halt, äh... Das Flash-T-Shirt drin und... Als andere. Und da steht auch immer dann dabei, wie teuer das ist. Zum Beispiel das T-Shirt. Das war jetzt schon... 1995. Da kommt man hier nur mit dem T-Shirt. Schon fast auf den Preis, den die Box an sich kostet. Von daher lohnt sich das. Und dann haben wir den Wecker. Der kostet 14,95. Da sind wir schon bei 35 Euro. Das James Bond Kartenspiel. Das kostet nochmal 5 Euro. Dann sind wir bei 40 Euro. Die Brillenputz-T-Shirt. Oh, da gab's verschiedene. Die kosten auch nochmal 5 Euro. Die kosten... Dann sind wir bei... Was hab ich gegessen? Ich hab's vergessen. Ich glaub, das ist bei 40 Euro oder so. Hier. Da gibt's halt noch verschiedene Motive von. Ja, wie cool. Was gab's denn da sonst noch so? Ja, ich hab das Beste. Überhaupt jetzt einfach mal so für mich. Oder? Ich hab das hier mit Chewbacca. Warum nicht? Das ist cool. Na gut, die Cookies waren umsonst. Genau. Und hier... Ich hab ja immer die Luches Plus. Und das Plus-Item, das war in diesem Fall da unten. Das da. Der Christbaum-Schmuck. Christbaum-Kugel. Da gab's wohl einmal den Stormtrooper und einmal den Wailer. Finde ich persönlich den Stormtrooper ein bisschen besser. Weil sowas Dunkles, was Schwarzes tut sich irgendwie immer ein bisschen schwer an einem Weihnachtsbaum. Das kommt da nicht so gut rüber, finde ich zumindest. Und jetzt haben wir hier ein James Bond Special sogar drin. Geschüttelt, nicht gerührt. Ah, das sind halt wohl einfach nur hier so ein paar... ...Effekts über James Bond oder sowas. Keine Ahnung. Nee, ich hab's ja nie gesehen. Dann hab ich hier noch... ...irgendwas mit dem... ...mit diesem Power-Getränk und Assassin's Creed. Okay. Ah, da kann man hier was gewinnen. Okay. Da ist wohl ein Aktionscode hier irgendwo drauf. Hm, das steht auch nochmal hier auf der Dose alles. Da. Wer mitmachen will, wenn sich das denn mal scharf stellen würde. Scharf? Scharf? Ah, da sind wir. Da. Lest es. Macht mit meinetwegen. Ich hab nämlich auf sowas keinen Bock. Was kann man denn da gewinnen? Einmal Malta. Keine Lust. Eine PS4 hab ich schon. 30 Euro GameStop Geschenkarte. Brauch ich nicht. Kino-Gutschein. Mäh. Fan-Baget. Mäh. Und weitere Assassin's Creed Filmsachen. Wow. Okay, wenn ihr dann da mitmachen möchtet, macht mit. Ich möchte es nicht. Ja, das war die Loot-Test. Ich hänge jetzt noch den Baumschmuck dran. Und ich hole jetzt danach noch Batterien rein. Und dann hole noch da Batterien rein. Das war auch wieder ein tolles Satz. Und lege dort Batterien rein. Dann schauen wir mal, wie der hier klingelt. Und dann schauen wir auch mal, wie der, der, die das... Christbaumkugel Stormtrooper sich am Baum macht. Wenn ich auch dafür einen schönen Platz finde. Weil wenn der jetzt nicht dahin passt, optisch. Weil ich bin mit meinem Weihnachtsbaum immer sehr penibel. Dann kommt der einfach nicht dran. Von daher, schauen wir mal. Das ist gleich. Eine Ewigkeit später. So, da sind wir wieder. Wenn ihr jetzt ganz noch auf den Weihnachtsbaum guckt, dann könnt ihr auch irgendwo die, den, das, die Christbaumkugel sehen. Die Stormtrooper-Kugel. Schaut genau hin. Das ist eigentlich ganz einfach zu sehen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Und das ist jetzt die Uhr. Der Wecker. Und jetzt sind hier ein bisschen Batterien drin. Der tickt relativ laut. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir drehen jetzt so lange, bis der mal hier bimmelt. Ist die richtige Richtung? Natürlich nicht. Ja. So, gucken wir mal nach. Na. Muss doch gleich mal da kommen. Jetzt. Jetzt gleich. Aufgepasst. Naja. Wie machen wir den jetzt aus? Na, nur hier hinten. Da kann man den irgendwie ausmachen. Also, ist ein cooler Wecker. Sieht lustig aus. Wäre richtig cool gewesen, wenn der wirklich hier oben so richtig bommeln würde. Aber gut. Weißt du was? Mach da halt nicht zum Hinstellen und Angucken. Ist das bestimmt trotzdem noch ein sehr schönes Teil. Ja. Gut. Das war sie. Das war die... Moment. Haha. Das war die letzte Luchess in diesem Jahr. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und auch vielen Dank an alle, die jetzt dieses ganze Jahr schon dabei sind. Und natürlich auch vielen Dank an die, die im Laufe des Jahres nochmal neu auf meinen ganz kleinen Kanal dazugekommen sind. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der auf einmal mehr ist in meiner Abo-Liste da oben. Nicht nicht in meiner Abo-Liste. Der, die mich in ihrer Abo-Liste haben. So rum ist es richtig. Da sehe ich ja immer schön alles. Und wie gesagt, ich freue mich darauf immer ganz, ganz dolle. Und vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr alle wiedersehen. Und macht es gut. Bis dann. Bis dann.